Wir sind da, um Fashion zu Menschen zu verbinden. Wir machen sicher, dass unsere Plattform 24x7 möglich ist. Und es ist schnell. Meine Aufgabe als Backend Engineer bei Zalando ist es, alle Funktionen für unseren Online-Shop zur Verfügung zu stellen, die Technik, die notwendig ist, um online einen Artikel zu bestellen. Wir nennen uns selbst die Ninjas-Team. Wir sammeln diese kleine Leute, die sehr hochwertig sind, sehr senior. Wir arbeiten mit wirklich hochmotivierten Leuten zusammen, die sehr autonom agieren können. Wir haben viele Freiheiten in der Technologie. Architekturen und Produkte basiert auf Open-Source-Technologien. In dem Moment, wo du denkst, du hast irgendwas Gutes gebaut, fertiggestellt, hat halt doch jemand eine neue Anforderung. Software ist nie fertig. So, wir versuchen immer Humor zu haben, in allem, was wir tun. Aber es ist wichtig, dass wir in der Technologie kommen, Wir machen jetzt eine neue Anforderung. Wir kommen jetzt zur hosts jetzt noch mal auf. Wir kommen jetzt auf. Wir kommen wieder auf. Wir kommen übern. Das ist alles.